Musik Musik Hi, ich bin Lea und ich zeige euch die heutige Übung des Monats, die Bergsteiger. Ich zeige euch das gleich auf einer erhöhten Unterlage, so ist ihr das zu Hause auch, zum Beispiel, am Sofa nachmachen könnt. Wer es ein bisschen schwerer möchte, dann macht es einfach auf den Boden. Die Bergsteiger sind besonders toll für eure Kraftausdauer und für euer Heizlaufsystem. Jus geht's! Jusqu'un 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 Jusqu'un